Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video auf unserem Kanal. Freut mich das du heute wieder dabei bist. Und in dem heutigen Video haben wir ein Girl-A-Bounce, Nail-Bounce, etwas Puffer-Cooker und stuff like that. Also ich hoffe es wird euch gut gefallen, lehnt euch zurück, lehnt euch zurück, lehnt euch zurück und relax, 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 nicht vergessen unseren Kanal zu abonnieren, das bedeutet mir wirklich sehr sehr viel und schaut auch gerne mal in der Infobox vorbei für meine sozialen Medien wie Instagram, Patreon oder auch OnlyFans, ich bin dort sehr sehr aktiv und auf Patreon bekommt ihr, wenn ihr jetzt euch dort einschreibt, fast 300 Videos, die ihr euch sofort anschauen könnt, theoretisch, denn ja, ich mach das schon relativ lange und bin dort extrem aktiv, okay und ich mache übrigens auch Custom Videos, also falls mal Interesse an deinem eigenen Video hast, dann sag mir gerne Bescheid und ansonsten, na, let's get 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 OK, Alex, sag mir maletei 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 malatei maleteigend π ہو und da auch touristisch, euer s혀 März da was mir So, jetzt ist es, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, und den Rest des Videos könnt ihr ausschließlich zu einem richtig guten Katamon-Tapping entspannen. Also genießt. Das war's für heute. 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 Okay, meine Lieben, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn du es mochtest, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Nicht vergessen. Wie gesagt, wie gesagt, schau gerne in die Infoboxen, wie gesagt, schau gerne in die Infobox vorbei und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns bestimmt ganz, 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 ganz bald wieder. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.